Die Schlafberatung ist eigentlich eine relativ intime Geschichte. Da will man natürlich störungsfrei sein und sich individuell auf sich konzentrieren können. Deswegen machen wir das Ganze in einem Schlafstudio. Das ist ein separater Raum und da können wir individuell auf sie eingehen. Zu einem gesunden Wohlfühlschlaf gehört nicht nur ein gutes Fundament, also der Lattenrost, sondern auch eine gute Matratze. Und die ist völlig individuell wählbar bei uns. Da haben wir verschiedene Modelle in Härtegrad und auch Höhe. Die Bezüge sind Allergiker geeignet, sind waschbar und teilbar, sodass sie auch in jede Waschmaschine eigentlich reinpassen. Wenn sie zu uns kommen, klären wir natürlich erstmal, wie sind sie daheim gebettet. Schlafen sie eher fest, was für einen Lattenrost haben sie jetzt aktuell? Und darauf gehen wir ein. Wir suchen dann den Rost. Je nachdem, ob sie die Notwendigkeit haben, mit der Schulter mehr einzusinken, können wir auch daraufhin die Matratze entsprechend abstimmen. Dann nimmt man eine etwas höhere Matratze. Also Personen, die etwas mehr Stabilität wünschen, können wir natürlich dann auch mit einer etwas niedrigen Matratze stützen. Ja, was müssen sie mitbringen? Zeit. Und ziehen sich gemütliche Sachen an. So eine Schlafberatung sollte man nicht in Jeans und einem dicken Pulli durchführen, weil einfach die Nähte auch stören. Und so liegen sie daheim auch nicht im Bett. Und wenn sie Bärchensocken anhaben, geht das auch in Ordnung. Und so finden wir gemeinsam eine Lösung, wie sie sich optimal in ihrem Bett wohlfühlen. Und sen statements sind dann auch mit ihr und fluctuieren. Und wenn sie die Homematt bekommen, dann wird das auch in Ordnung. Das auch ich ziehe, wöten. Und wenn sie sich das blamed, dann sehen uns, Die W formallymatt leerage. Und Sie können die Anweisung nicht über 토 немножem depositanzdefense. Ich bin nicht mehr in Ordnung.